aber nicht zu sagen stadt kommt er um die erneut tmf die erneut die erneut die menge genau und zwar das ist ein doch was ist das das ist ein Mensch hier mit Kampagnen Modus das noch mit der Spiegel dass man richtig ohne es mit der zu spielen oder was wir nicht unbedingt in Internet spielen werden wir werden mehr die Kampagne machen doch also zu vielleicht mal einfach aus Prinzip einfach mal zeigen wie das im Internet ist ansonsten was machst du denn eigentlich eine richtige Grube ich brauche hier unten erstmal so eine schöne Pithilme was eine schöne höhenartiges Gebilde ein U-Bahn System das können wir auch mal ruhig machen zum Beispiel das U-Bahn System mit unseren Inseln verbinden mit unserer Anfänger Insel mit nein ach das war klar ja ich werde da rein gehen das sieht irgendwie extrem gebaut aus was? das sieht irgendwie voll gebaut aus also künstlich meine ich jetzt bloß da waren wir ja noch gar nicht sieht nicht so aus hat ja vorhin auch Scorch gegeben das entsprechende ich glaube da runter da ist eine Höhle ja ist er auch ja sieht man ja ja sieht man ja ja sieht man ja oder so ja hier ist nichts ich kann es aber mal den Fluss entbehren also mal zu machen ja zack bumms vielleicht liegt da nämlich unter noch Eisen genau hätte ja sein können ich hätte gewesen ja mal zu ja mal zu ohne Bruch alter alles klar ist gut und wird nun ja warum auch nicht der Arsch der Arsch der Welt Arsch der Welt der Arsch der Welt hier schon wieder ich hasse das und so Arsch der Welt immer die mehr verlaufen Arsch und dabei wollten wir erst mal in gar keine Höhle naja muss ja ne ich bin schon die ganze Zeit an überlegen wo ich mein Nether Portal hinbaue überhaupt ich hab keine Ahnung da musst du dich entscheiden yo das ist mal wieder eine größere Höhle stimm mal vor wir finden irgendwann ein Graben ich glaube ich hab grad ein Skelett gehört bin mir nicht sicher oh schmeiß was raus was du nicht brauchst Steine oder so ja Steine ganz definitiv das reicht erst mal da es ist viel Kohle hier aber das ist gut so weil wir auch fast keine Verregeln haben das kann man ja mal kurz enden mhm querfackeln lalalalala ich baue die Kohle ab weil ich kann Runes of Magic wäre ein Dauerprojekt mhm ist auch mit Leveln äh schon aber das geht eigentlich nie zu Ende weil da gibt's immer mehr äh immer wieder Quests und ich denke mal ja dann könnte man WoW auch als Dauerprojekt nehmen weil das im Prinzip auch nicht zu Ende geht mhm mhm so dann haben wir erstmal eine ganze Kohle abgebaut ja aber ansonsten gibt es überhaupt kein anderes Dauerprojekt gibt es wirklich nicht ohne Scheiß ach was finden wir schon was meinst du weil äh ja klar was ach du scheiße mhm weil wir immer für Glück mit den Höhlen haben ne mhm Glück haha in Anführungsstrichen vielleicht das fließt da gleich runter mhm du meinst drauf kannst du auch ruhig die Lava ausmachen wir haben genug viel Lava Quellen mhm einfach oben wo die Lava entspringt einen Block hinsetzen fertig äh es wird hier gleich dunkel werden äh irgendwo hört der Spaß auch auf naja alles klar komm ich beim besten Willen nicht mal dran doch komm ich äh 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 dunkel mhm mhm hier na gut da ist auch schon mal ne so setzt die mal hier hin pass auf nicht das Skelett dadurch noch unterschießt mhm ach warte Skelett haben Respekt vor mir oh Eisen ist immer gut da wo dann irgendwie wenig haben mhm mhm griffst du goldschwerter halten viel Zeit waren glaube oder nicht nein irgendwie nicht oh guck mal nach Schäfer naja auch durch und zum nehmen das der Otto im Klatschen gehen die Kultur ist oder verheiratet so ein Idiot doch dort muss auch so ein Idiot habe ich jetzt die für die man nicht hin hehehe noch nicht ne ja ne bestimmt noch nicht ähm müssen wir eben ändern hier mhm so ja halt den Rand mhm uah Leute irgendwann ist auch gut tja mhm mhm aber das finde ich voll nervig ganz ehrlich ich beleuchte erst mal ein bisschen mehr Hä? da springst du nicht springen gefährlichst oh man mhm genau hm wahrscheinlich ja oder auch nicht sag mal die Springtaste bei dir ist auch irgendwie der verpackt ne eigentlich nicht nein die Schuhe warum? weil der nicht springen wenn der springen soll äh äh ja das ist ja immer gesprungen bisher wandelst die nicht gut tja passiert noch mhm 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 tja mhm ich hoffe es sind noch hoch ja klar hast Angst davor nicht hochzufinden meistens ja sprichst du das Erfahrung äh? wie weit da liegt na warum du schaffst das ich glaube an dich na los so wieso war denn hier bitteschön Licht? wahrscheinlich waren wir hier schon ah ja ah ja ok gehen wir mal in eine andere Richtung ah ja brauchst du da einmal was abrutscht alles runter ne? mhm das liegt alles auf Stahne auf ach so ja dann ist ja gut da hinten geht es übrigens auch noch weiter ne? hä? rechts hätt mich die ganze Zeit von hinten an angreifen können dann hättest du mal sagen können äh hm jetzt hast du es gesagt ja hab ich doch ich war voll rauschen ne? doch ich war voll das rauschen mehr das heißt das ist unter meinem Haus da gerade vielleicht ne? da könntest du mal oben kramen nein schade schade du mal und dann ist das